Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es spannend, denn ihr habt mich markiert und ich habe es dann gleich probiert. Wir testen neue Produkte von Judith Williams. Sie hat Foundations, Concealer, Puder, Mascara, eine komplette neue Reihe in den DM gebracht. Ich habe alle Produkte hier und die werden wir heute testen und schauen, ob sie wirklich den Hype fern sind. Denn ich habe in den letzten Wochen ziemlich viel wieder davon gehört und dachte mir, hey, richtig, richtig cool. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen direkt an, denn ich bin echt aufgeregt. Ich muss glaube ich so ein bisschen dazu erzählen, warum ich so gespannt auf die Produkte bin, denn ich bin ein großes Teleshopping-Opfer. Ich liebe Teleshopping. Irgendwann möchte ich im Teleshopping arbeiten. I swear. Aber ich fand es immer schön zu sehen, wie Judith Williams und auch Asam im Teleshopping waren und jetzt diesen Sprung in die Drogerie und in die breite Masse geschafft haben. Das ist extrem schwierig, aber der Schritt dahin war meiner Meinung nach der richtige. Denn Judith Williams hat es geschafft, ihre Produktlinie so krass auszubauen und ist in eine andere Generation so ein bisschen gesprungen, glaube ich. Und das finde ich sehr bemerkenswert und deswegen freue ich mich, wenn ich immer wieder so ein paar Produkte testen kann. Ich muss auch dazu gestehen, ein Produkt habe ich schon die letzten Tage getestet, um euch wirklich eine Meinung dazu zu geben. Und das eine Produkt hat mich wirklich umgehauen. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Es gibt bereits einige Videos von mir mit Judith Williams Produkten auf meinem Kanal. Falls euch die interessieren, ich verlinke sie euch oben einmal im i oder unten in der Infobox. Mal schauen, wie ich das am Ende mache. Aber wir haben wirklich spannende Neuheiten. Bevor es losgeht, habe ich eine neue Neuheit für euch. Für mich ist sie gar nicht so neu, denn ihr wisst, ich arbeite ja schon sehr, sehr lange mit Jepoder zusammen. Und Jepoder hat endlich einen Lichtschutzfaktor rausgebracht. Und das ist der VSPF BBF. Ihr wisst, dass ich meine koreanische Skincare-Pflege regelmäßig seit Ende letzten Jahres mache und liebe. Unter anderem habe ich meine komplette Skincare-Reihe auch daran angepasst. Ich liebe den The Misthave. Ich liebe den Repair Hero, um einfach meine Haut richtig schön mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und als sie den SPF rausgebracht haben, dachte ich mir, könnte ganz spannend sein. Und der hat mich tatsächlich umgehauen. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber wenn euch der hier von Charlotte Tilbury interessiert, der Invisible UV Flawless Primer mit Lichtschutzfaktor, Trash, der ist besser. Ich zeige ihn euch auch gleich. Ich will vorher einfach so ein bisschen Feuchtigkeit in meine Haut bringen. Das Schöne an dem SPF BFF ist, dass er natürlich Inhaltsstoff hat. Also er hat 9 Nano Zinkpartikel mit drin, also einen mineralischen Lichtschutzfaktor. Und er hat kein Mikroplastik drin. Und das ist recht selten. Also die meisten Kosmetikprodukte, 9 von 10 Kosmetikprodukten, haben statistisch gesehen Mikroplastik mit drin. Der hier nicht. Und dann gehe ich einfach im Anschluss noch mit meinem Repair Hero rein. Der hat Niacinamid und Probiotics mit drin. Und ihr seht sofort, wie prall und frisch die Haut aussieht. Und das ist die perfekte Grundlage für Make-up, für Skincare. Ich sage euch immer, benutzt bitte ein SPF. Hier ist aber noch was ganz Spannendes drin. Erstmal kommt er in einer lichtgeschützten Verpackung aus Glas. Sehr, sehr hochwertig. Und er hat eine leichte Färbung. Das heißt, ihr habt keinen White Cust. Ich nehme jetzt die Menge nur für die eine Hälfte meines Gesichtes. Und arbeite mir das Produkt richtig schön ein. Ihr seht sofort, er ist mineralisch. Das heißt, ihr seht erst mal kurz was. Aber wenn ihr das schön einarbeitet, verschwindet das. Ich habe ihn in den letzten Wochen tatsächlich schon regelmäßig benutzt. Auch als es hier so richtig, richtig heiß war. Ich trage ja immer Lichtschutzfaktor. Egal, ob ich drin oder draußen bin. Und das Schöne bei dem ist, der verstopft nicht so die Poren. Also ich habe nicht das Problem gehabt, dass meine Haut danach irgendwie Unreinheiten hatte. Sondern, tatsächlich muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass er die Haut so ein bisschen noch mit Feuchtigkeit unterstützt. Denn hier ist Himbeerkernöl und Aloe Vera mit drin. Und er spendet dann halt tagsüber auch Feuchtigkeit. Und ganz ehrlich, ich finde, die Haut sieht schon ohne Foundation so richtig, richtig schön aus. Sie hinterlässt einen richtig schönen Glow. Wir lassen ihn auch kurz einziehen und einwirken. Gehen dann gleich mit dem Make-up rüber. Aber das ist tatsächlich eine riesengroße Empfehlung von mir, wenn ihr nicht im Sommer nicht so viel Make-up tragen wollt. Und so eine leichte Färbung haben wollt, die eure Haut frisch macht. Die eure Haut schützt vor UVA und UVB. Ich rede viel zu selten über Lichtschutzfaktor, bin ich der festen Überzeugung. UVA ist Hautalterung, UVB ist Hautverbrennung. Es schützt euch vor beiden und gibt wirklich nochmal diese Feuchtigkeiten dran. Und das ist recht selten bei einem Lichtschutzfaktor, dass die Haut auch wirklich prall und frisch aussieht. Und ihr dann natürlich mit Make-up rüber gehen könnt. Große, große Empfehlung. Das Beste ist, ihr könnt mit meinem Kot natürlich noch was sparen. Und ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro gibt es diese coole Hülle mit dazu. Tatsächlich hatte ich die jetzt schon an meiner Handtasche mit drin. Könnt ihr einfach ranklippen und unterwegs benutzen. Große, große Empfehlung. Generell die Jibbruder-Produkte. Ihr kennt sie mittlerweile. Ich liebe sie. Ihr liebt sie mittlerweile auch. Stockt euch da nochmal ein bisschen auf. 30% ist natürlich eine Menge, ne? Ich verlinke euch alle Informationen einfach unten in der Infobox. Schaut unbedingt bei Jibbruder vorbei. Und jetzt habe ich euch auch gleich ein Stückchen hergeholt, dass ihr einfach meine Haut sehen könnt, wie schön frisch und prall sie aussieht. Judith. Die gute Judith hat verschiedene Sachen rausgebracht. Zwei verschiedene, ich glaube sogar drei verschiedene Foundations. Das Easy & Fast Hyaluron Make-up. Das glaube ich, das kennen wir schon. Und dann haben wir hier die Anti-Aging Foundation und die Long-Lasting Foundation. Die Long-Lasting Foundation habe ich tatsächlich auch hier schon an meinem Tisch stehen gehabt. Und ich liebe die. Die ist der Shit. Ich habe sie in den letzten Tagen getragen und ich wurde wirklich oft von euch in den Storys angesprochen, was ich für ein Make-up trage, weil das so glowy war. Aber das Verrückte ist, ich habe das Ganze nicht gesettet und wir hatten 40 Grad und das Ganze sah fantastisch aus. Die Anti-Aging Foundation habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Deswegen probieren wir auf der rechten Seite nochmal gemeinsam die Long-Lasting und die Anti-Aging Foundation aus. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen biased, was Judith Williams angeht. Sie ist ein riesengroßes Vorbild für mich tatsächlich. Also alles, was die Frau macht, ist mega gut und finde ich beeindruckend, was sie für eine Power-Business-Frau ist. Das finde ich mega, mega schön zu sehen, auch ihren Werdegang über die letzten 5 bis 10 Jahre schon. Was ich aber immer wieder kritisieren muss und auch immer weiter kritisieren werde, unabhängig von Judith Williams oder von anderen Marken, die Shade-Range ist eine Katastrophe. Wir haben zwei verschiedene Farben in der Drogerie. Es gab und ich glaube, es gibt auch noch diese Darkening Drops, damit kannst du das ein bisschen dunkler machen. Das ist nicht ausreichend und definitiv verbesserungswürdig. Nichtsdestotrotz möchte ich die Produkte für euch einmal testen und wir starten mit der Long-Lasting Foundation, denn die kenne ich schon. Ich habe jetzt hier auch die Farbe Medium und arbeite sie mir mit einem Schwamm ein. Die hat eine extrem hohe Deckkraft. Also ihr werdet sehen, ich brauche nicht viel und gehe einfach jetzt auch über den SPF mit rüber. Ich habe die Kombination auch schon getestet, einfach umzuschauen, funktioniert das Ganze wirklich, wirklich gut und das tut's. Also die Kombination ist wirklich game-changing. Die Foundation hat eine hohe Deckkraft, soll wasserfest sein und einen hohen Tragekomfort haben und ein schwereloses, seidiges Finish non-stop den ganzen Tag. Und das ging extrem schnell. Ihr seht sofort, die Deckkraft ist immens hoch. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Judith Williams ist eher so ein bisschen zarter und ein bisschen leichter. Das ist eine Full-Coverage-Foundation. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, womit ich die vergleichen kann. Und tatsächlich würde ich fast behaupten, sie ist ähnlich wie die NARS Light Reflecting Foundation. Diese recht neu vom Finish her und vom Gefühl auf der Haut. Auch von der Langlebigkeit. Die Foundation hat aber in den letzten Tagen auch wirklich den ganzen Tag gehalten. An manchen Stellen ist sie so ein bisschen ölig geworden, aber völlig egal. Ich habe auch gar kein Puder benutzt gehabt. Ich hole euch gleich nochmal ein Stückchen heran. Liebe ich sehr dieses Finish. Sie oxidiert ein kleines Stückchen nach. Das passt bei mir jetzt ganz gut. Jetzt bin ich gespannt auf die Anti-Aging-Foundation. Sie soll eine mittlere Deckkraft haben, Falten kraschieren und einen Anti-Aging-Effekt haben. 100% bestätigen ein ebenmäßigeres Hautbild. Mittlere Deckkraft, natürliches Finish, cremige Formulierung, verschmilzt beim Verblenden perfekt mit der Haut. Dank der straffen Inhaltsstoffe plus Hyaluronsäure werden Zeichen der Hautalterung optisch kaschiert. Für ein jugendliches Aussehen. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Auch die benutze ich jetzt in Medium. Ich hoffe, dass die Farben ähnlich sind. Okay, krass. Die ist auch von der Formulierung her ganz anders. Die ist ein bisschen cremiger. Die andere war etwas flüssiger. Ich nehme jetzt das Schwämmchen einfach an der sauberen Seite und arbeite mir das Ganze hier einmal ein. Ihr seht sofort, es ist eine ganz andere Formulierung. Die ist wesentlich flüssiger und wesentlich leichter. Die Foundation hat sich auch extrem gut einblenden lassen. Ihr seht sofort an meinen Augenringen, dass die natürlich nicht eine ganz so hohe Deckkraft hat. Sie sieht aber auf der Haut vom Finish her ähnlich aus wie die Long Lasting Foundation. Ein bisschen glänzender. Die ist vielleicht eher eine gute Alternative zu der Forever Skin Glow Foundation von Dior. Sehr leicht, auch nicht so eine hohe Deckkraft. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welchen mir besser gefällt. Am Ende würde ich wahrscheinlich wieder beide mischen, weil sie einfach beide so ein wirklich schönes Finish haben. Hier habe ich allerdings jetzt das Gefühl bei der Anti-Aging Foundation, dass ich sie ein bisschen setten müsste. Das habe ich hier nicht. Und das ist ganz komisch, weil wenn ihr das seht, ihr seht die Reflektion auf der Haut noch. Ich hole euch gleich ran, dann seht ihr das besser. Beide fühlen sich aber sehr gut an. Wir starten mit der Long Lasting Foundation. Hier könnt ihr die Hauttextur einmal sehen. Sie hat sich wirklich sehr, sehr schön mit der Haut verbunden. Kleine Unebenheiten wurden wirklich gut ausgeglichen. Pickelmale hier sind gut abgedeckt und auch die Augenringe hat es recht gut kaschiert. Auf der anderen Seite seht ihr etwas mehr Glow, etwas weniger Deckkraft tatsächlich. Also so ein paar Unebenheiten scheinen noch durch. Aber nichtsdestotrotz, auch die sitzt sehr, sehr gut auf der Haut, muss ich sagen, beziehungsweise verschmilzt gerade so ein bisschen. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würde sie einziehen. Wir machen mal weiter. Ich habe hier zwei Concealer. Einmal den Anti-Aging Concealer mit Koffein, den Long Lasting Concealer mit in Wasser fest. Ich glaube aber, das sind die helleren Farben. Ich weiß es nicht. Und den Bye Bye Dark Circles Concealer mit Hyaluron. Ich will jetzt mal den probieren. Irgendwie spricht der mich gerade an. Der hat hier so ein Schwämmchen mit dran. Ich drücke jetzt einfach mal. Ich mag die Applikationsart eigentlich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier. Kommt viel raus gleich. Hier auf die eine Seite und blende mir das Ganze aus. Okay. Der ist sehr, sehr leicht. Also so deckend ist der gar nicht. Ich glaube, dass das ein gutes Produkt ist vielleicht, wenn man, also er hält schon auf, wenn man nicht so starke Augengring hat wie ich vielleicht. Oder wenn man keine Foundation hat. Weil der von der Textur her ein bisschen anders ist als die Foundation auf der Seite. Deswegen machen wir es einfach genauso wie eben mit der Foundation. Auf der einen Seite den Long Lasting Concealer, der wasserfest sein soll. Das Füßchen ist übrigens riesengroß. Ich trage mir das jetzt hier einmal auf. Und lasse das Ganze auch drauf. Er ist sehr, 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 sehr hell. Auf der anderen Seite Anti-Aging gehe ich jetzt einfach rüber. Auch hier wesentlich flüssiger. Und ihr seht sofort, die Deckkraft ist bei Weitem nicht so hoch wie auf dieser Seite. Mit dem gehe ich jetzt nochmal hier so ein bisschen lang, um alles ein bisschen aufzuhellen, damit das so ein bisschen passender ist. Ich muss eine Lanze brechen. Nicht nur für Judith Williams, sondern für die Drogeriemarken generell mit den Shade Ranges. Ich habe neulich mit einer Marke gesprochen, genau darüber. Und sie haben mir gesagt, das entscheiden nicht wir. Wir bieten den Drogerien andere Shades an und die Drogerien kaufen die Shades ein. Oder sagen, schön, dass ihr sie habt, wir kaufen sie aber nicht. Weil, das klingt total doof. Wir kaufen sie nicht ein, weil der Abverkauf bestimmter Shades nicht so hoch ist wie der Abverkauf anderer Shades. Und da haben nicht unbedingt was die Marken mit zu tun. Und es ist auch nicht gerecht, aber das Problem liegt eher bei den Drogeriemärkten selber. Wir blenden das Ganze aus. Wir starten mit dem helleren hier, dem High-Coverage-Concealer. Oh, Deckkraft ist krass. Okay, die Deckkraft ist riesengroß. Und er hat sofort aufgehellt. Er hat sich sehr, sehr gut in die Foundation einblenden lassen, das muss ich sagen. Das ist natürlich auch immer etwas, wenn die Foundation passend zu dem Concealer ist, ist das immer recht gut. Ich nehme eine saubere Seite und blende mir den Concealer aus. Ja, und hier ist der wesentlich leichter, wesentlich flüssiger. Und ihr seht direkt den Unterschied. Seht ihr das? Krass. Okay, ähm, first impression. Die long-lasting Seite ist iconic. Extrem schön, fühlt sich extrem gut an. Die ist so ein No-Make-up-Make-up-Lock für mich jetzt, ne, im Vergleich. Wir lassen das Ganze mal ein paar Minuten drauf. Ich räume hier mal so ein bisschen aus und dann machen wir ein bisschen weiter mit dem Make-up. Unter den Augen fixiere ich das Ganze mit dem Huda Beauty Puder. Nehme mein Microfiber Multi-Tool Mini und fixiere das nur erstmal hier unter den Augen. Einfach um den Concealer so ein bisschen zu setten. Wir haben noch was anderes und zwar das Mattifying Powder mit Hyaluron. Ein Soft-Focus-Effekt, der soll auch noch Feuchtigkeit spenden, der Puder. Dafür nehmen wir einfach mal hier so einen großen, fluffigen Pinsel und gehen mal jetzt hier rein und fixieren einfach mal so ein bisschen das Make-up. Ihr seht sofort, der Schein wird gut weggenommen. Er verändert die Farbe meiner Foundation nicht. Ich glaube, jetzt seht ihr ganz gut, wenn alles ein bisschen mattiert ist und der Schein weggenommen ist, den krassen Unterschied unter meinen Augen. Der Full-Coverage-Concealer ist extrem deckend und auch extrem schön. Also er sieht sehr, sehr weichzeichnend aus. Generell finde ich, dass die Haut sehr, sehr, sehr frisch aussieht gerade. Die Seite gefällt mir persönlich besser. Das ist eher so ein Natural-Make-up, wenn ihr schon eine gute Haut habt, nicht so starke Augenringe habt, wie ich vielleicht eine gute Sache. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weiter und zeige euch dann das fertige Ergebnis. Alright, ich habe meine Base einmal soweit fertig gemacht. Was soll ich sagen? Beide Seiten sind sehr, sehr schön. Fühlen sich sehr, sehr gut an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel Make-up im Gesicht habe. Wenn ich nicht spülen würde, dann wäre es gelogen. Ich habe ein bisschen Make-up im Gesicht, aber ich glaube, die Seite, die Long-Lasting-Foundation, gefällt mir besser. So, dass ihr meine Hauttextur auch nochmal gut erkennen könnt. Sie sind auf beiden Seiten sehr, sehr weich gezeichnet, muss ich sagen. Weichzeichnungseffekt ist vielleicht bei der einen noch ein bisschen stärker. Ich würde vielleicht einfach wirklich beide mischen. Aber beide fühlen sich phänomenal an. Wirklich. Und sehen auch gut auf der Haut aus. Was sagt ihr? Seht ihr einen Unterschied auf beiden Seiten von der Foundation, vom Concealer? Klar, keine Frage, ne? Aber, boah, finde ich schön. Wir haben noch Mascara. Drei, vier verschiedene. Einmal die Lengthening Mascara. Maximale Länge. Wimperndefinition. Intensive Schwarz mit Rizinusöl. Die Waterproof Mascara mit Arganöl. Kaltwasserresistent. Einfaches Abschminken. Nährende Formel. Die Mega False Lashes Mascara mit Natural Oil 3 Komplex. Wasserfest. False Lashes Effekt. Pflegefaktor. Und die Lift Me Baby Mascara mit Peptiden. Ich würde jetzt einfach mal hier die beiden probieren. Einmal die Lengthening Mascara und die Lift Me Mascara. Und starte mit der Lift Me Mascara auf der rechten Seite. Das Bürstchen ist so ein schmales, gebogenes Bürstchen. Oh nein. Eine Schicht lassen wir mal trocknen. Und auf der anderen Seite die Lengthening Mascara. Die hat ein anderes Bürstchen. So ein bisschen spitz zulaufender. Ähnlich wie das von Maybelline. Der Sky High Mascara. Die mag ich auf den ersten Eindruck lieber. Weil sie mehr Schwung gibt tatsächlich. Und auch ein bisschen verlängert. Und das Bürstchen gefällt mir besser. Die andere ist mir zu präzise am Wimpernkranz. Mittlerweile sind anderthalb Stunden vergangen. Seitdem ich das Make-up fertig gemacht habe. Und ich dachte mir, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Was mir gefällt. Und was mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt. Ich muss sagen, die Lengthening Mascara sieht richtig, richtig schön aus. Sie hat jetzt nicht gekrümelt. Und ich finde, sie hat die Wimpern besser gegriffen. Als die Lift Me Baby Mascara. Also ich würde eher zu der tendieren. Und auch bei der Foundation finde ich, beide haben ihre Vor- und Nachteile mit Sicherheit. Ich persönlich würde zu der Full Coverage Foundation neigen. Finde aber das Finish bei der Anti-Aging Foundation sehr, sehr schön. Der Anti-Aging Concealer ist nicht unbedingt für mich gemacht, bin ich der Meinung. Aber ich glaube, dass man mit allen Produkten sehr, sehr viel machen kann. Und auch wirklich solide Produkte sind, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Wenn es denn etwas für euch ist. Ich bin gespannt, was ihr zu den YouTube-Williams-Produkten sagt. Vielleicht habt ihr ja ein Produkt, wo ihr sagt, das musst du unbedingt probieren, Maxim. Das ist richtig, richtig gut. Dann werde ich das in den nächsten Tagen mal besorgen. Und schauen, ob ich das hier in ein Video integrieren kann. Ansonsten erinnere ich euch nochmal an den Jepoda-Rabatt-Code. 30% Rabatt. Und diese super coole Hülle passend zum SPF BBF. Eine große, große Empfehlung. Ihr seht, wie schön das Make-up auch auf der Haut aussieht. Ohne, dass ihr das Problem habt, dass ihr verstopfte Porn bekommt. Oder dass das Make-up irgendwie so komisch ölig wird. Link ist unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss. Tschüss.